Hallo Tina! Hallo Tom! Schön, dich wiederzusehen. Erinnerst du dich noch an unsere Bundesländer? Nee, voll unwichtig. Hallo? Das ist Allgemeinbildung. Ich zeige es dir nochmal. Na gut. Deutschland besteht aus 16 Bundesländern. Das nördlichste Bundesland ist Schleswig-Holstein mit der Landeshauptstadt Kiel. Im Osten liegt Sachsen. Die Landeshauptstadt ist Dresden. Im Süden liegt das größte Bundesland Bayern mit der Landeshauptstadt München. Das kleinste Bundesland ist das Saarland mit der Landeshauptstadt Saarbrücken. Deutschland hat drei Stadtstaaten. Hamburg, Bremen und Berlin. Sie sind Bundesland und Landeshauptstadt gleichzeitig. Boah, gut, dass du mir das nochmal erklärt hast. Hamburg ist echt nicht weit weg. Jetzt weiß ich, wo ich das nächste Nordderby angucken kann. Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Und jetzt seid ihr gefragt. Ordnet den Roten Fallen die Bundesländer und ihre Landeshauptstädte zu. Großart 화kontoidlos ist Kiel. Binstall業... W Show. Vielen Dank.